Was ist die Corona-Zeit? Ja, hallo Auguste. Mein Name ist Roland Kandurski. Ich bin bei der MAP-Rasse Kursanzkontor GmbH. Mittlerweile, glaube ich, schon seit über 15 Jahren. Und bin dort Prokurist. Ja, vielleicht magst du einmal sagen, was sich jetzt in dieser besonderen Situation zum einen bei dir in der Arbeit geändert hat und aber auch insbesondere mit Blick auf die Auszubildenden, was ihr angepasst und verändert habt. Ja, die Corona-Zeit, das war natürlich oder ist ja nach wie vor immer noch ein Thema für uns alle. Und wir haben in den Anfängen möglichst alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Da, wo es, ich sage jetzt mal, ging, über 90 Prozent der Leute. Und ein Teil ist in der Firma geblieben und so auch die Auszubildende. Das hängt aber damit zusammen, dass wir sie natürlich befragt haben, wie sie zu diesem Thema steht. Ist sie unter Umständen gefährdet? Und wie sind so ihre Einstellungen dazu? Und sie hatte für sich selbst gesagt, also sie würde gerne im Büro bleiben, weil sie zu Hause halt nicht die Möglichkeit hätte, Homeoffice zu betreiben, weil der Home einfach zu klein ist. Was hat sich denn konkret in der Betreuung der Auszubildenden geändert? Denn normalerweise hat sie eine Ausbilderin als Ansprechpartnerin, aber da galt immer, das Team ist insgesamt da, kann Fragen stellen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil nicht so viele Leute da sind. Und so haben wir das auf einen Mitarbeiter verteilt, der sich dann dieser Aufgabe gewidmet hat und sie jetzt aktuell betreut. Und ihr seid aber trotzdem regelmäßig im Austausch? Genau. Also sie ist ja, wie gesagt, jeden Tag da und dann kann sie sich an diejenigen entsprechend wenden, die dann da sind. Aber im Fokus auf einen zunächst, aber hat natürlich die Auswahl. Und habt ihr, was die Disziplin angeht, irgendwie Veränderungen wahrgenommen? Hat sich die Disziplin der Auszubildenden verändert? Ich will es mal so sagen, wir haben da wirklich viel Glück mit ihr. Wir hätten aber auch keinerlei Bedenken, was sie anbetrifft, hinsichtlich der Disziplin, wenn sie im Homeoffice wäre. Also da trauen wir ihr schon zu, dass sie sehr gewissenhaft und sehr verantwortungsvoll mit der Tätigkeit dann umgehen würde. Habt ihr zusätzliche Unterstützung angeboten? Nur für den Fall der Fälle, wenn das irgendwie zu so einer Ausgangssperre gekommen wäre, wo wir nicht gewusst hätten, wie geht es weiter, weil vielleicht das unterbrunden worden wäre, dass wir ins Büro nicht kommen dürften, weil der Gesetzgeber das fordert, wie auch immer, haben wir ein Notebook an die Hand gegeben. Wir arbeiten innerhalb des Unternehmens mit dem Microsoft Teams. Teams, das ist unsere Plattform für den Austausch und das wäre dann sozusagen die Möglichkeit, neben dem gewöhnlichen Telefonieren, das ist bei uns nach wie vor Platz eins in dem Kommunikationsweg. Aber Teams ist mittlerweile schon gerade für solche Zwecke sehr, sehr hilfreich. Mit einem Blick in die Zukunft, mit Blick auf die Zeit nach Corona, gibt es da Dinge, die ihr so beibehalten würdet, die ihr verändern würdet im Vergleich zu eurer Ausbildungsform, vor Corona. Wenn die Situation wieder so ist, wie sie ist, also sprich, das ist eine Ausnahmesituation, ob es jetzt nur Corona oder vielleicht was anderes ist, dann würden wir immer flexibel reagieren. Wir würden uns immer der Situation entsprechend anpassen. Wir sind der Überzeugung, dass eine Ausbildung letztlich über den persönlichen Kontakt einfach das, ich sage es mal so, das Gescheiteste tatsächlich ist. alleine, dass wir ja viel Kundenverkehr haben, da muss sie ja auch entsprechend lernen, mit dem Kunden in persönlichen Kontakt zu bleiben und auch vor allen Dingen das zu lernen. Und ja, man kann vieles mittlerweile per Technik lösen, Videokonferenz etc. Aber ein persönliches Kundengespräch ist da doch eine etwas andere Nummer. und ich glaube, wir werden noch ein bisschen brauchen, um das alles Virtualisierten darzustellen mit so einem Kundengespräch. Und habt ihr sie mal gefragt oder hast du sie mal gefragt, wie ihr Gefühl jetzt mit der Situation war? Also wir haben grundsätzlich immer ihr zu verstehen gegeben und haben das auch kommuniziert, wenn sich in ihrer, wie soll ich sagen, in ihrer Meinung bezüglich dieser Corona-Krise etwas ändern sollte, dass sie doch auf einmal Ängste verspürt und sagt, Mensch, vielleicht könnte ich mich ja infizieren und dann bin ich ja eine Gefahr für andere, aber auch für mich selbst, dann soll sie es kundtun. Also wir leben und praktizieren sozusagen die offene Kommunikation und da ist sie bisher nicht auf uns zugekommen. Und insofern gehe ich davon aus, dass das auch genau so ist, wie es am Anfang vereinbart war. Roland, vielen Dank für deine Zeit und auch dafür, dass ihr da so toll und so spontan auf die Situation auch reagiert habt und eure Auszubildenden da so sehr entgegengekommen seid, dass das für alle, dass wir da die Krise gemeinsam meistern konnten oder ihr die Krise auch gemeinsam meistern konntet und weiterhin gut meistern könnt. Ja, danke. Sehr gerne. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.